Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Nicht steil und auch nicht besonders nass. Aber dennoch sehr tricky bei dem Wetter. Da es ja jetzt ein paar Tage geregnet hat. Aber alles machbar. Luftdruck habe ich vorne 0,99 und hinten habe ich 1,29. Reifen setzt sich zwar zu, aber das ist überhaupt kein Problem. Der kleine Active Line Plus Motor von Bosch, der trägt mich überall sicher durch. Ja, das Fahrrad ist jetzt 2 Jahre alt. Sieht auch nicht mehr so aus wie vorher. Vor 2 Jahren waren ja noch Schutzbleche und Gepäckträger dran. Das ist alles weg. Und jetzt ist es eine schöne, erwachsene, kleine Bergziehung. So, das ist ein Vorfluss. Das macht auch ein Öko. Und jetzt hat er auch noch Stay. In der Erstmalung? Und jetzt können wir das erste Mal in 1! In der Erstmalung? Und jetztachen wir uns nicht mehr. Das war die Erwartung. Aber das war die Erwartung. Und dann hat er das erste Mal in 1. Und da. Und dann? Das war's. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah, eins zu weit. Nicht schön, aber selten. Ja, hier sind auch einfach zu viele Äste. Ja, hier sind auch viele Äste. Ja, wegen deinem Lenker. Ja. 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 Ich versuche das auch immer ganz gut einzuschätzen. Ich fühle mich ganz gut dabei. Die hier sind ja auch recht harmlos. Diese Treppen sind noch recht neu. Hier muss man erst noch ein bisschen einzahlen. Die Treppen sind noch recht neu. Die Treppen sind noch recht neu. Die Treppen sind noch recht neu. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Juhu! Juhu!